Hallo Freunde der Spielkultur, beim letzten Mal haben wir den blutigen Baron geholfen, seine fehlgeborene Tochter zu begraben und ein Ritual durchzuführen, dass sie nicht zu einem Tölpelpoort wird. Also, jetzt müssen wir nur mal hierher gehen, glaube ich, und interagieren oder hinsetzen und warten, genau, bis sie zu einem Tölpelpoort wird und dann folgen wir ihr bis zu ihrer Mutter und ihrer Schwester. Oh, da ist sie, ja. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Okay, Alter, mach dich, dich gibt ja Vollgas. Hier kommt er. Zeig mir mal, wo deine Mutter und deine Schwester ist. Hoffentlich finden wir sie da durch. Okay. Sieh. Kommt. Schneller. Na, schneller müssen wir nicht machen. Weiter, so Plätze. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Die gute Thea. Aber das Thema ist richtig traurig eigentlich. Heuchtliche Gewalt, viel Geburt und alles mögliche. Okay, hier lang wohl. Ja, 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 mir egal. Kommt er. Gehen wir weiter. Ignorieren wir diesen Erzwunkenen. Hier hoch. Was soll man da machen? Okay. Also, Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einmal rückmaskieren. Eine Hufeisen. Ist die los? Kein Pech, sieh, da könnte sich ein Pferd leisten. Hm. Ah, hier liegt auch noch was. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Wie wär's mit mitnehmen, Gerard? Perfekt. Weiter geht's her. Und hier ist sie ja schon. Also geht's weiter her. Gut, aber wo geht's jetzt hin? Was verfolgt mich hier eigentlich? Ja, komm. Der, meine Gute. Nicht so schnell, Plätze. Genau, wir müssen Thea davor lassen. Sonst wissen wir nicht, wo wir hin müssen. Ja, 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 ja. Nein. Nö. Er will nicht notwendig, dass wir das hier reinlegen. Komm. Wah. Äh, nee, glaube ich, oder? Komm, nimm das, du Drecksting. Ja, Tod Nummer 1. Ach gut. Und schon wieder mal gestorben. Ach der. Mal ein bisschen schneller laden. Okay, das spure ich jetzt vor. Bei dem Hörer führen. Oh mein Blödsinn, Blödsinn. Ja, Blödsinn, hier bist du ja schon. Wir müssen diesen Töpelbird nach, Blödsinn. Und die brauchen schon wieder irgendeine Leute. Jetzt weiß ich auch, wieso der Baron Blutiger Baron heißt. Hat schon seine Gründe. Okay, ja, aber auf jeden Fall nervt mich das jetzt schon ein bisschen. Ich werde jetzt einen Cut machen hier. Und dann wieder bei den Nekrofarben da drüben werden wir uns wiedersehen. und wieder hören eigentlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschau. Laufplätze. Ich muss noch erinnern, dass man hier lang war. Ich stehst aus, was ich dich blatt. Äh. Okay. Äh. Ja, der. Kommst du? Oder? Muss ich dich führen? Oder was ist hier los? Nein, Spaß. Okay, hier müssen wir hin. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber eine von ihnen muss ihn verloren haben. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Anscheinend. Wo ist dieses Hufweisen? Ein Hufweisen? Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Na gut. Das passt doch nicht, wenn ich auf dem richtigen Weg war. Sie will mir noch was zeigen. Okay. Dann zeige es mir. Aber jetzt speichern. Okay, Leute. Jetzt bin ich hier, habe ich mal das, was ihr schon gesehen habt, abgeschlossen. Und habe jetzt mal, äh, was ist das? Mal gespeichert. Damit wir nicht alles wieder... Ja, was bist denn du? Was bist denn du für ein hübscher Puch? Alter. Das sind natürlich Viecher hier. Hier, wo führt ihr meine Hexe her? Okay, erledigt. Aber was haben wir hier noch? Wo führt sie uns noch hin? Naja. Schon wieder mal Arschwetter in The Witcher. Hehehe. Vielleicht zwei. Das ist unfair. Viking 1. Das ist ja richtig... Okay. Ich glaube, das sind Neckrofarben, oder? Ah ja, natürlich. Ähm. Ja. Ich dachte, ich habe das jetzt repariert. Ja, ja. Ja, nee. Okay, wenn ich den Designer aufgelag... Komm schon! Uff. Weg. explodieren ja sogar das zeug sammle ich jetzt aber ein da habe ich noch nichts davon vielleicht bleibt sich der ja was nützlich wo kann man die jetzt alle her die in der nähe im nest das nervt mich jetzt aber gerade ein bisschen ganz dezent öl auflegen ich habe noch einen wo waren wir hier waren wir ich sollte den pferde kadaver und das hier los gewesen was haben wir denn da und die rippen riesige klauen das war kein mikrofon die knochen liegen hier schon eine weile beine kopf würde ich mal sagen oder abgetrennt der kopf einfach abgerissen das erfordert enorme kraft na gut um sattel der sattel ist angewissen mikrofagen fressen heutzutage aber auch alles naja fragte ich keine mikrofagen eine mächtige kreatur gewesen sein als sie kalt erwischt hoffentlich sind sie entkommen sie will mir noch was sagen gut dass sie hier noch nicht endet naja was geht mit ihr wisst noch nimm das das jetzt noch so ein ding in der nähe das ist mir jetzt aber egal blöde du bist mir nicht egal du bist echt das beste pferd der welt naja naja Arsch Mach langsam Halt Ok wo Ah hier runter Ok Ok Ah hier Hier Fischerhütte Er möchte wohl dass ich sie mir näher ansehe Na gut Was such ich wohl Was such ich wohl Unsere Hütte hat nichts zu bieten Wir haben nichts Wir wissen nichts Ich suche jemanden Zwei Frauen Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons Hier war niemand Herr Wirklich Kam hier keiner vorbei Naja Die Tochter ist mittelgroß etwa 20 Ihre Mutter schlank etwa 40 Gesehen Die kam doch neulich in der Nacht oder Mama Still Junge Hm Hm Was bist du gesehen Kannst du sie beschreiben Ich will der Frau helfen Vielleicht ist sie in Gefahr Der Junge hat nichts gesehen Herr Er ist noch ein Kind War nur ein Traum Dann soll er mir seinen Traum erzählen Also Kleine Was hast du gesehen Wer war hier Papa hat sie abends mitgebracht Die Dame die Medizin macht Sie hatte Angst Sprach von einem grässlichen Monster Und dass sie zurück muss Wohin weiß ich nicht Mama und Papa haben sie aufgemuntert Ihr neue Kleidung gegeben Ihre war zerrissen Okay Wo ist das Mädchen hin Dein Sohn hat's verraten Es bringt nichts sich dumm zu stellen Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters Weil ich's auch nicht bin Ich suche Tamara und ihre Mutter Ich muss wissen ob sie am Leben und in Sicherheit sind Tamara ist es ja Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt Aber Frau Anna das ist ne andere Geschichte Aber überall ist es besser als auf Krehenfels mit dem Baron Warum? Weil Weil er sie geschlagen hat Herr Die Frau Anna meine ich Alle haben's gewusst aber keiner hat was gesagt Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so Tamara nicht Teresa Sorry Sorry Mit Pferden Kalt war's und dunkel Konnte fast nichts vor Augen sehen Der Mond stand schon hoch Doch sie kam nicht Hab schon gedacht Ein Dämon hätte sie geholt Aber dann kamen sie doch Und wir sind zum Fluss Dann gab's auf einmal einen Sturm Dacht schon der reißt mir die Rübe ab Und dann diese Mistvögel Riesenschwärme überm Wald Haben gekreischt Dass ich aus den Ohren geblutet hab Frau Anna hat geschrien Hat sich gekrümmt Tamara hat sie an den Armen gehalten Da hab ich's gesehen Das Brandzeichen auf den Händen Okay Erzähl mir von dem paar Was geschah dann? Na gut Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler Als wären die Sterne erloschen Und auf einmal verstummten die Grillen Und dann Aus dem Wald Dieses Brüllen Mir brauchte Angstschweiß aus Und mein Atem stockte Da sprang eine Kreatur aus dem Wald So groß wie eine Scheune Mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen Dachte schon das war's Das Viech griff Frau Annas Pferd an Riss ihm den Kopf ab Trug sie in den Wald Unsere Pferde Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los Nur deshalb sind wir entkommen Das Fräulein wollte zurück Nach ihrer Mutter suchen Aber Mama flehte sie an bis sie davon absah Sagte Alleine würde sie dort draußen sterben Okay Warum hast du ihnen geholfen Du hast einiges riskiert Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet Drei Monate zuvor hatte mein Junge Fieber Wir dachten schon er würde sterben Tamara hat davon erfahren Versorgte uns mit Essen und Salben Wir sind bettelarm Sie hat meinen Jungen gerettet Kein Zweifel Ich selbst hätte mich nie getraut Aber mein Weib hat gesagt Wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass Das Volk geht einen falschen Weg Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten Wer nichts tut dient dem Bösen Du hast eine kluge Frau geheiratet Ist ne Schande dass wir Frau Anna nicht retten konnten Das letzte noch Was für Randzeichen Sie hat also wie von einem Brandeisen auf ihren Händen innen Brandeisen wie bei Tieren? Genau Aber das waren keine verkrusteten Narben sondern glühend heiße als würden sie noch brennen Okay Danke für deine Hilfe Gut Danke für deine Hilfe Dann werden wir mal nach Ochsenfort gehen Dem Fräulein? Dem wird es doch gut gehen oder? Ja Wird schon gut gehen Dafür gebe ich mein Bestes Der Junge ist süß Naja Hier trennen sich also unsere Wege Ich danke dir Dea Geh in Frieden Und wenn wir schon dabei sind können wir unseren Charakter auch vielleicht Was kann man da nehmen? Jeder Er Er Rezept Er 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 Die Über Über Dosis Bälle 85 Er 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 Die Er 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 ich hier hin man muss halt diesen punkten zuerst hier in der gegend schaden kann es ja nicht kann ja förderlich sein auch naja naja da haben wir hier schönes nehmen wir mit ah Geralt kann schon gut schwimmen aber ich glaube sind nicht haben wir hier noch ein Ölum ok oh hier ist ein Buch genau und gleich mal schauen was das neue schwert so kann wow das schwert ist ja richtig geil und das kann nicht viel mehr das auch nicht aber ich sollte mir die schwerte reparieren lassen ja auf jeden Fall das neue silberschwert ist ja eigentlich richtig nice ja kaum ertrunken komm ans land nö will er nicht ok na gut jetzt müssen wir schauen dass wir nach ochsenfurt kommen wo ist ochsenfurt wo ist jetzt die questmarker hier drüben und dann gehen wir mal hier drüben und dann gehen wir mal hier drüben ich habe mal gesagt das nehmen wir mal jetzt dann gehen wir über die Brücke und schon wieder so viele fragegleichen und ich der was immer alles komplementieren will ich habe gar nicht geschaut ob der Weideler hier Rezepte auch angeboten hat solche Meerezepte da ist schon wieder das Gebiet da na gut wo wo no 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 oder geht der oder geht der wir sind alle neu dann schlafen wir schon komm nö bin ich nicht du fremst mal ganz gewiss sein dann bist du tot nicht ich komm du bist ich mich du bist ich ich Ah, mein Schwert macht der Verkicht. Mach dir Feuer, schade. Stamm! Nimm! Okay, ich hätte gesagt, nehmen das aber... ...und ein schöner... ...finisher. Ja, ich bin der schlechte vom Blaviken. Also... ...was hast du dir erwartet vor Umschütze? Der hat jetzt nur in den Rollheil gesteckt. Mal hier hoch. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ist doch nichts. Haben wir das auch mal abgeschlossen. Aber eigentlich wollte ich über die Brücke. Und eigentlich wäre das auch in die Legende gewesen. Weil hier ist schon ein hohes Gebiet. Aber Leute, ich sag jetzt nur mal danke fürs Einschalten. Und beim nächsten Mal begeben wir uns auf den Weg zu... ...nach Ochsenfurt, um... ...da Mara zu finden. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und schaut noch in meine anderen Projekte, die wir hier in der Endcut sind. Und bis zum nächsten Mal. Tschau!